Ja, bleib so, bleib im Hintergrund. Ich hab den drauf. Gold und Stern, muss beides drauf sein, einmal von hinten. Willkommen zurück, Samuel hier mit mir wieder, hallo. Yesterday, wir waren ein paar Nacht-Live-Street-Photografe, und es war wirklich Spaß. Aber heute sind wir hier in der Früh. Was ist es? 6? 6.30 Uhr. Es ist zu früh für ein Sonntag. Heute ist es anders, denn wir werden und documentieren den Weg der Schmerzen. Was möchtest du heute heute? Ich würde gerne diese drungen Cops haben. Zombies. Ja, Zombies und Leute, weil wir hier viel haben. Wir sind hier, aber ich habe nie gedacht, dass ich das catchen kann. Ja, das bedeutet, dass die Leute aus dem Club kommen und nach Hause kommen, und wahrscheinlich schlafen auf dem Weg. Und nach dem, wir gehen zum Fischmarkt in Hamburg. Das ist popular. Ja, der Hamburg Fischmarkt ist popular, weil besonders die jungen Leute, nach Clubbing, gehen zum Fischmarkt, um einen Koffer oder einen Snack zu bekommen. Typisch Hamburg tradition. Ja, aber es gibt auch Familien, aber es beginnt am 6.00 Uhr, ich glaube, und es endet am 9.00 Uhr. Also, wir müssen uns wirklich zufrieden. Oh, das ist laut, wie ich sehe. Es ist draußen draußen, aber in 1-2 Stunden wir sollten eine sehr schöne Blu- und Gold-Hour-Light bekommen. Und was hast du heute? Der Ricoh-GR und... Oh, du bist weit? Ja, ich versuche. Ja, ich versuche. Ja, als ich nicht flashe, ich versuche den weitermachen. Okay. Ich werde auch weitermachen. Ja, ich versuche den 28.00 Uhr. Shall we go? Let's go. Okay, let's go. Bete losen das Kurva. Man, mach ich, mach ich. Ja, jetzt. Ja? Jetzt. 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 Ja, das ist es. Show me, please show me. Okay, I'll give you a number. I want this. Next one. Night out. This is nice. Ich glaube, dass das nächste Mal, wenn wir gehen, besauff ich mich. Ein bisschen weiter auseinander. Kein Blitz, kein Blitz. Habt ihr das Emmer mit oben drauf? Ja, da müssen wir nach vorne. Ein bisschen weit auseinander. Ihr müsst ja von verschiedenen Winkeln. Hey, wir schauen erst mal. Da ist der Emmer mag nicht mehr mit drauf. Warte, ich krieg dich nicht ganz hoch. Er macht dich ganz, ich mach dich nah. Ja, das ist nice. Warte, ja. Mach. Ich hab gleich noch ein zweites. Okay, okay, okay. So, hab ich. Warte, warte. Du bist noch weiter. Warte, warte, das ist so. Ja, ich muss das Licht erst mal einstellen. Ah, Gold, Gold. Dass sie das goldene Stern auch noch brauchen. Ja. Ja, bleib so. Im Hintergrund. Ich hab den drauf. Gold und Stern, muss beides drauf sein. Einmal von hinten. Okay, ich hab's auch. Okay, ich hab's auch. Ja, ich hab's auch. So, ich könnt euch jetzt noch weiter vergewaltigen, aber ich will euch jetzt... Genau. Ebenso. Und wir schicken dir auf jeden Fall die Bilder. Danke schön. Alles klar. Schönen Morgen euch noch, ne? Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ich frage die, komm gleich wo wir messen, gleichaaaa. bye bye. Musik Guten Appetit! Musik 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 2 Euro Finish 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 Bye bye I can't stop I can't stop So How was your Fishmarkt experience? Very, very nice, very interesting I finally Am able to make close-ups So I think it was fun Nein Okay, and you? I think I got nothing I don't know I have to see my images at home It's cold, it's Hamburg, it's wintertime What is that one? Okay, this was our morning How did we call it? Walk of shame tour Yeah And fish market action I hope you enjoyed it And we will definitely do more of this kind of videos Yeah, we will see where we are going next So I never said that before But make sure to subscribe and like this video and share and yeah Subscribe See you in the next one Subscribe 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 Datenschutz Datenschutz Das ist Datenschutz, das darfst du dich, ich war klar klar Hey Hei The 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 Bis zum nächsten Mal.